Nach mehrjähriger Pause auf Wunsch vieler Leute dieses Jahr auf der 69. Messe Wichtersbach wieder die Blumenschau. Die Macht der Blume. Ein Paradies nicht nur für Blumenfans, sondern für Liebhaber von Ruhe, Entspannung und einfach nur Natur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ob Pimpinelle, Schnittlauch oder Petersilie, sieben sind es an der Zahl an Kräutern für die grüne Soße. Anders aber hier im Kräutergarten auf der Wichtersbacher Messe. Hier gibt es nicht Kräuter für die grüne Soße, sondern ganz verschiedene Kräuter aus unterschiedlichen Ländern. Zum Beispiel Kraut des ewigen Lebens oder Mukunuwena. Und wenn Ihnen die Blumen nicht nur hier auf der Messe gefallen, sondern noch viel besser in Ihrem eigenen Garten, kommenden Sonntag, den 28., den letzten Tag der Messe, ist hier Sonderverkauf aller Blumen seinen Messepreis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017